Und hier geht es jetzt sofort weiter mit ZDF Zoom, Verschwörung gegen die Freiheit und der Enthüllung, dass Bundesnachrichtendienst und NSA seit 40 Jahren eng zusammenarbeiten und dass die Öffentlichkeit darüber getäuscht wurde. Das war unser Auslandjournal und wenn Sie mir die persönliche Bemerkung erlauben, mein letztes als Moderator. In drei Tagen kommt der Umzugswagen und ich darf dann künftig für Sie aus Paris berichten, vielleicht ja auch im Auslandjournal. Vielen Dank für Ihre Treue und Ihr Vertrauen. Ab Juli wird Sie hier Antje Pieper aufs vorzüglichste durch die Sendung führen. Ihnen von uns allen einen guten Abend. Moment und läuft. Noch Fragen? Eine Reise ins Unbekannte. Wie die Zeiten sich ändern. Jeder ist ersetzbar. Von uns allen dennoch einen guten Abend. Mein